Die heute weiterentwickelten Technologien der Firma Catfish Supreme fanden ihren Anfang in Anlagen wie dieser. Diese Anlage wird seit 20 Jahren störungsfrei auf einem Bauernhof als Zuerwerb betrieben. Die damalige hochwertige angewandte Technologie der Schallschränke ist durch ständige Weiterentwicklung zu einer der weltweit besten Anlagensteuerungen unserer Fischproduktionsanlagen geworden. In der Anlage wurden 16 Jahre lang Aale in Süßwasser produziert. Danach wurde die Anlage ohne großen Aufwand für die Produktion von Steinbrot und Salzwasser umgerüstet. Unsere Anlage wurde von Anfang an als Multifischproduktionsanlage konzipiert. Die Anlagen arbeiten mit Süß- oder Salzwasser störungsfrei, da die Gesamtkonstruktion weitestgehend korrosionsbeständig ist. Eine unabhängige und positive Expertise wurde von einem bestellten Gutachter der IHK Lübeck nach 10-jährigem Betrieb dieser Anlage erstellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die von Catfish Supreme verwendete Sauerstoffübersättigungstechnologie garantiert, dass die benötigte Sauerstoffkonzentrationen zu jeder Zeit im Wasser vorhanden sind. Auch bei relativ hohen Wassertemperaturen, hohen Haltungsdichten und einer hohen Fütterungsrate. Musik 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 Amen. Amen.